Ich lerne Deutsch. Nummer 10343 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Deine Schnürsenkel sind schon wieder aufgegangen. Lass mich dir helfen. Sei proaktiv und übernimm Verantwortung für dein eigenes Glück und deine Zufriedenheit. Sei proaktiv und übernimm Verantwortung für dein eigenes Glück und deine Zufriedenheit. Bogenschießen ist für mich nicht nur ein Hobby, sondern ein ernstzunehmender Sport. Bogenschießen ist für mich nicht nur ein Hobby, sondern ein ernstzunehmender Sport. Wir sind auf ein kleines Problem gestoßen. Vielleicht kannst du es lösen. Beim Fotografieren schätze ich die Spontanität. Beim Fotografieren schätze ich die Spontanität. Beim Fotografieren schätze ich die Spontanität. Aber eine gute Planung ist entscheidend für gute Bilder. Da das Büro nur zwei Kilometer von meiner Wohnung entfernt ist, gehe ich zu Fuß zur Arbeit. Da das Büro nur zwei Kilometer von meiner Wohnung entfernt ist, gehe ich zu Fuß zur Arbeit. Autoren schreiben Romane, Kurzgeschichten, Gedichte, Sachbücher, Artikel und vieles mehr. Und gib uns bitte ein Like. Bild ein Justiz Nummer bei der Aufmerksamkeit. Bild ein Bild Jochen, Kurzgeschichten. Bild ein Bild